Ich glaube, wir können zufrieden feststellen, dass in den bayerischen Stadien deutlich weniger passiert an Vorfällen als außerhalb Bayerns. Das darf uns aber nicht veranlassen, uns zurückzulehnen. Wir müssen sehr wachsam sein. Im Amateurfußball, in den Amateurspitzenliegen können wir eigentlich von einer fast hundertprozentigen Sicherheit in den Stadien sprechen. Selbst Pyrofälle hatten wir in der abgelaufenen Regionallega-Serie. Bis heute nur neun Vorfälle. Im Grundsatz kann man sagen, da passiert so gut wie nichts. Wir haben auch nur sehr überschaubare Polizeiaufgebote, die wir benötigen zur Absicherung der Spiele, auch was die Ordneranzahlen betrifft. Ich blicke also durchaus optimistisch in die Zukunft, aber es wird noch viele Anstrengungen brauchen. Das Thema kommt alle paar Jahre immer wieder mit auf den Tisch und man darf auch nicht den Fehler machen, einfach zu sagen, darüber wird nicht gesprochen, da ist nichts. Fakt ist, dass Tätigkeiten, körperliche Attacken gegen Schiedsrichter so gut wie nicht vorkommen. Das ist statistisch belegbar. Das ändert auch nichts daran, dass die öffentlich geführte Diskussion teilweise andere Rückschlüsse ergeben würde. Viel wichtiger ist, dass Schiedsrichter sich in vielfacher Hinsicht Sorgen machen, dass sie sich zum Teil verunsichert fühlen, dass sie unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie ihr Amt respektiert wird. Das Ansehen, das es genießt, wie von außen, insbesondere auch von Zuschauern, von Fans, auch von Funktionären, von Trainern hin und wieder mit ihren Entscheidungen umgegangen wird. Da, glaube ich, können wir uns noch deutlich verbessern. Wir werden runde Tische zum Thema Schiedsrichter abhalten und dann werden wir sehr sorgfältig analysieren, wo die Hauptproblempunkte liegen. Ein Nachwuchsproblem werden wir in den nächsten Jahren im Schiedsrichterwesen in jedem Fall bekommen. Ich bin sehr dafür, dass wir sehr sorgfältig nachfragen, was die Ursachen sind. Es ist ja festzustellen, dass schon seit vielen Jahren die Schiedsrichter deutlich jünger werden, in viel früheren Jahren mit der Tätigkeit beginnen. Viele von denen dann am Ende der Schulausbildung oder der Berufsausbildung dann mit der Schiedsrichtertätigkeit aufhören. Also der Rückgang in absoluten Zahlen ist noch weniger problematisch zu sehen für die nächsten Jahre als der Umstand, dass sich die Altersstruktur im Schiedsrichterwesen deutlich verschiebt und wir eben einen doch signifikanten Rückgang an Schiedsrichtern in der Altersgruppe zwischen Mitte 20 und Mitte 40 mit haben. Das macht mir am meisten Sorgen, weil gerade diese Personen, diese Schiedsrichter ganz, ganz viele Spiele an jedem Wochenende mitgeleitet haben.